Ich habe mal wieder live getradet und dabei über 500 Dollar in nur einem Trade erwirtschaftet. Wie ich das gemacht habe und vor allem den Markt analysiert habe, genau das siehst du jetzt einmal in diesem Video. Von daher guck das Video bis zum Ende, denn ich gehe nicht nur auf diesen Trade an, sondern auch noch auf viele weitere Trades, die ich mit meiner Community gemacht habe. Von daher checkt das Ganze unbedingt aus. Ansonsten lass dem ganzen Video gerne Like und Abo da, wenn es dir gefällt, auch um zukünftig nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, verlieren wir gar nicht zu viel Zeit und let's go! So Leute, neues Live-Trading. Ich bin einmal wieder hier im Trade drin. Wir haben hier gerade eine sehr volatile Phase, nachdem wir die 30.000er-Marke vor kurzem geknackt haben. Ich sehe jetzt hier gerade mehrere Support- und Resistance-Areas, die ich am Traden bin. Von daher nehme ich euch jetzt hier einfach mal live mit an dieser Stelle. Diese starke Abwärtsbewegung, die haben wir eben schon mit meiner VIP-Gruppe einmal traden können, werde ich euch gleich auch einmal ganz genau in der Analyse zeigen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal diesen kleinen Long-Trade hier an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal wieder. extrem extrem heftig sollte ihr seht wir knallen hier gerade nach oben wir sind schon circa bei 4 500 dollar an profit hier gerade bei ungefähr 460 dollar profit was ich jetzt immer mache ist dass ich meinen stop loss extrem nach oben tue so dass wir egal was passiert profit mitnehmen von daher würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder leute wir sind jetzt hier bereits bei circa 600 dollar an profit ich habe mich dazu entschlossen den trade jetzt hier einmal zu beenden von daher nehme ich meine profite jetzt mit ich gehe jetzt ja immer auf trade schließen und zack haben wir diesen trade auch schon geschlossen wir haben jetzt hier mit diesem trade insgesamt nach abzug von gebühren ja circa 550 dollar profit gemacht was extrem extrem heftig ist leute also wirklich perfekt perfekter trade hier einmal gezogen ja ich würde sagen wir gehen einmal rüber in den chart gucken uns die analyse an und dann sehen wir uns gleich wieder ja leute der trade war auf jeden fall extrem extrem heftig wir haben damit circa 500 dollar profit gemacht ich werde euch jetzt einmal zeigen wie wir auf diesen trade gekommen sind und wie ich anschließend noch mit meiner vip gruppe weitere trade einstiege gefunden habe von daher ihr seht ich bin jetzt hier schon einmal im chart drin wir gehen jetzt alles step by step einmal durch ich werde jetzt das ganze hier erst einmal alles raus canceln und mit euch von oben nach unten hier einmal die analyse zu machen ja um euch nochmal zu zeigen wo wir in den trade eingestiegen sind das war hier in diesem bereich wo wir hier diese starke rote kerze hatten diese hatten wir bereits mit meiner community einmal mitgenommen und danach ja habe ich euch gezeigt wie ich hier unten einmal in einen long entry reingegangen bin und mit diesem trade alleine um die 500 dollar profit gemacht habe was natürlich extrem extrem heftig ist an der stelle ja wir gehen einmal das ganze von ja anfang bis ende durch wir sind jetzt hier einmal im einstunden chart wir sehen wir hatten hier extrem lange diese abwärts struktur um euch das ganze noch mal deutlich zu machen ja und diese abwärts struktur wurde dann hier schlussendlich gebrochen indem wir hier nach oben gepumpt sind und innerhalb von 24 stunden hier circa um die 12 13 jahre sogar noch mehr prozent nach oben geschossen sind und schlussendlich natürlich dann auch die 30 tausender marke einmal durchbrochen haben ja was haben wir gesehen wir haben gesehen dass hier in diesem bereich kleine marktreaktion einmal war aber auch das wurde weiterhin durchbrochen und daraufhin wurde es hier sehr 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 interessant und weshalb das werde ich euch jetzt einmal ganz genau zeigen denn wir haben gesehen der markt ist einmal hier nach oben geknallt und hat daraufhin hier diese extrem schwache wick einmal gebildet ja dieser kerzen dort und das ist immer ein zeichen dafür dass der markt hier keine weitere aufwärts volumen struktur nachweisen kann das heißt hier ist erstmal schicht im schacht und dementsprechend war ich mir hier ziemlich sicher dass wir jetzt hier erstmal nicht weiter nach oben haben das heißt daraufhin habe ich den markt hier weiterhin beobachtet als wir dann anschließend hier das zweite mal abgeprallt sind war für mich klar dass wir jetzt hier in eine konsolidierungs phase einmal reinstürzen und genau deswegen habe ich mir hier einmal diesen bereich als erstes markiert für meinen übergeordneten resistant bereich okay das war für mich hier an der stelle klar warum um das land zu euch noch mal klar zu machen denn wir sind einmal logischerweise hier in dieser area abgeprallt wir sind hier abgeprallt hier abgeprallt sind hier wieder abgeprallt ja hier sehen wir wieder abgeprallt und so weiter und so fort ja und spätestens hier war dann klar dass wir in diesen short trade einmal reingehen müssen und genau deswegen habe ich diesen short dann auch einmal meinen leuten angezeigt ja ich kann euch hier an der stelle einmal eine kleine einblendung geben wie das aussah genau wenn ihr gerne interesse daran hat könnt ihr das ganze mit dem ersten link in der video beschreibung abchecken und mit diesem trade sind wir dann hier 1,9 prozent circa nachgeschlossener kerze runtergefallen wir haben bei 1,5 prozent unseren profit eingeloggt ja was habe ich noch gesehen und zwar darüber hinaus war für mich klar dass wir hier in dieser area circa unseren support einmal haben ja und genau deswegen habe ich das als den übergeordneten support einmal datiert und diesen support habe ich mir dann hier auch übergeordnet einmal im einstunden chart vermerkt nachdem das also klar war bin ich natürlich einmal in den kleineren time frame reingegangen und das war in meinem fall hier der 5 minuten time frame ja und ihr erinnert euch wir sind hier einmal hier unten in dieser zone in den trade eingestiegen und unser trade sah um genau zu sein so aus dass wir hier in einen long trade eingestiegen sind genau Leute ungefähr so sah dann unser trade aus ja wir hatten hier unseren trade entry wir wurden ganz knapp hier nicht ausgestoppt einmal ja das ist natürlich je nach chart immer ein bisschen unterschiedlich hier mit den wicks aber wir wurden auf jeden fall ganz knapp nicht ausgestoppt und darüber hinaus hatten wir hier oben unseren track take profit liegen ich meine dass unser take profit circa einmal an diesem punkt lag ja um die 300 rum und so sah unser trade circa aus ja ihr seht wir haben hier wirklich perfekt den entry getroffen wurden ganz knapp nicht ausgestoppt war natürlich dann auch ein bisschen glücklich für uns aber das gehört zum trade natürlich ab und zu auch dazu grundsätzlich war das aber ein trade nach idealer analyse denn wir waren genau im support bereich drinnen haben hier extreme reaktionen aufweisen können und sind in den trade einmal reingeschossen ja warum habe ich den trade einfach was früher aufgelöst denn es war mir schon klar wenn man sich hier diese struktur nämlich einmal anguckt dass wir hier in so einer ja runter gehenden abwärts struktur sind und dementsprechend wollte ich hier auf nummer sicher gehen weshalb ich dann hier auch schon vorher einmal aus dem trade raus gegangen bin und dementsprechend die 500 euro einmal eingeloggt habe leute ja das ist ganz ganz wichtig daraufhin ja war auf jeden fall unser trade hier einmal zu sehen das war wie gesagt diese aufwärtsbewegung extrem extrem nice was haben wir danach noch mit der vip gruppe gemacht ja wir sind ganz einfach hier das erste mal in einen trade reingegangen haben diese abwärts struktur getradet haben daraufhin auch hier einmal diese aufwärtsphase mit traden können die ich euch im live trade einmal gezeigt habe und zu guter letzt haben wir hier noch einen zweiten long trade gemacht ja also wir hatten hier ungefähr diese aufwärtsbewegung getradet und daraufhin sind wir hier noch mal in einen long trade eingestiegen das heißt wir hatten in der trading team vip gruppe zirka innerhalb von zwei drei stunden drei erfolgreiche trades einen short trade zwei long trades und haben über drei prozent ohne hebel eingeloggt was natürlich an der stelle extrem heftig ist wenn man sich das ganze jetzt hier einmal anschaut sehen wir dass wir dieses descending triangle pattern einmal auftritt und dieses ist natürlich eher ein bearisches pattern ja ihr seht statischer support dynamischer resistent und wir verlaufen gerade hier einmal drin das heißt hier ist eventuell möglich dass wir jetzt erstmal mit einer korrektur auf diesen starken aufwärts zu wann zu rechnen haben mindestens mal in diesen volatilitätsbereich das muss man natürlich jetzt hier erstmal beobachten spielt aber jetzt hier auch erstmal keine weitere rolle muss man wie gesagt die augen auf haben und nach breakout kann man hier in einen trade einmal einsteigen leute ja alles in allem leute würde ich sagen war es aber jetzt hier einmal zur analyse ja leute das soll zu diesem video jetzt auch schon wieder gewesen sein ich hoffe das ganze hat euch gefallen falls ihr irgendwelche fragen habt natürlich wie immer in die kommentare schreiben ansonsten noch mal der hinweis erster link in der video beschreibung kommst du zur trading team vip gruppe um zukünftig auch mit mir gemeinsam zu traden von daher checkt das ganze an der stelle jetzt einmal ab ansonsten würde ich sagen lasst den ganzen gerne like und abo da bis zum nächsten mal und ciao